Waren Sie schon mal im berühmtesten Wirtshaus der Welt? Das Hofbräuhaus in München. Wir sind der Verein Historisches Bahnbetriebswerk Gießen e.V. und wir machen eine Sonderfahrt genau dorthin. Wir fahren am 6. Juni 2020 mit einem historischen 1. Klasse Schnellzug nach München. Der Zug wird gezogen von einer Lokomotive der Baureihe 103. Sie galt als Star der Deutschen Bundesbahn. Die Lokomotive schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km pro Stunde. Kommen Sie mit uns ins Hofbräuhaus nach München. Das wird ein unvergesslicher Ausflug. Probieren Sie Bierspezialitäten aus München. Und genießen Sie dazu bayerische Köstlichkeiten. Für uns ist der historische Festsaal reserviert. Sie genießen mit uns eine ganz besondere Atmosphäre. Mit uns reisen Sie erstklassig nach München. Der Zug besteht hauptsächlich aus Wagen der 1. Klasse. Es gibt gemütliche Sechserabteile oder einen geräumigen Großraumwagen. Mit dem Rheingold Clubwagen führt unser Zug einen der schönsten Speisewagen mit. Somit bieten wir Ihnen ein gastronomisches Angebot bereits im Zug. Ein Platz im 1. Klasse Abteil kostet 99 Euro. Ein Platz im Großraumwagen 109 Euro. Ein Platz im, nicht so ganz komfortablen, 2. Klasse Abteilwagen kostet sogar nur 89 Euro. Wir haben auch ein ganz besonderes Angebot für Gruppen. Ein ganzes 1. Klasse Abteil mit 6 Plätzen bekommen Sie für nur 529 Euro statt 594 Euro. Unser Zug startet morgens in Marburg. Weiter geht es mit Halten in Gießen, Bad Nauheim, Friedberg, Hanau, Frankfurt Süd und Darmstadt. München erreichen wir gegen die Mittagszeit. Die Heimreise treten wir am Vorabend an. Zurück sind wir gegen Mitternacht. Das wird ein erstklassiger Tagesausflug der besonderen Art. Fahrkarten können Sie über unsere Internetseite bestellen www.bw-gießen.com oder per E-Mail fahrkarten-at-bw-gießen.com Alternativ über unseren Anrufbeantworter Telefon 06 441 98 27 649 Sichern Sie sich am besten gleich Ihre Plätze. Wir würden uns freuen, Sie an Bord unseres Sonderzuges begrüßen zu dürfen. Wir sehen uns am 6. Juni 2020. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns am nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.